Das Deutsche Liturgische Institut in Trier ist eine Einrichtung der Deutschen Bischofskonferenz. Es beschäftigt sich mit Fragen der Liturgie der katholischen Kirche in Deutschland und im deutschen Sprachgebiet. Geschichte und Funktion Mit einem Satz in seinem Motio Proprio TR alle Solicitudine über die Kirchenmusik vom 22. November 1903, in dem er die aktive Teilnahme an den Mysterien und dem öffentlichen und feierlichen Gebet der Kirche fordert, setzte Papst Pius X. den Grundstein für den Beginn der pastoralen Phase der liturgischen Bewegung. In der Folge der Enzyklika Mediator Dei von Papst Pius XII., die die Bestrebungen der liturgischen Bewegung grundsätzlich anerkannte, entstanden in zahlreichen Ländern liturgische Institute. Das Deutsche Liturgische Institut wurde 1947 auf die Initiative von Mitgliedern der Liturgischen Kommission der Fulda-Bischofskonferenz hin gegründet. Träger der Einrichtung wurde der Verein Liturgisches Institut e. V., der 1989 in Deutsches Liturgisches Institut umbenannt wurde. In seiner ersten Arbeitsphase war das DLI Mitveranstalter Internationaler Liturgischer Kongresse und Studientage. Die die Funktion der Vorbereitung der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils hatten. Das Institut trug maßgeblich dazu bei, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil die liturgischen Bücher zu erneuern und die veränderte liturgische Praxis in den Gemeinden zu verankern. Ebenso entstand das Gebet- und Gesangbuch Gotteslob unter Mitwirkung des Deutschen Liturgischen Instituts. Eine der Hauptaufgaben ist die Grundlagen- und Bildungsarbeit. Dazu bildet seine Bibliothek die notwendigen Voraussetzungen. Die wissenschaftlichen und pastoralen Arbeiten des Instituts beschäftigen sich mit allen Formen des Gottesdienstes. Das Institut versucht die liturgischen Feiern der Menschen in Deutschland und im deutschen Sprachgebiet von heute mit der gottesdienstlichen Tradition und Praxis der katholischen Weltkirche in Einklang zu bringen. Dabei übt sich die Einrichtung in dem Spagat. Die nahezu 2000 Jahre alte Liturgie der katholischen Kirche zu erhalten und im Rahmen der Anforderungen der Ortskirchen zu erneuern. Das Institut operiert an der Schnittstelle von wissenschaftlicher Theologie und liturgischer Praxis von kirchlichen Institutionen und Gemeinden. Das Deutsche Liturgische Institut gründete im Dezember 2005 die Rennings-Wagner-Stiftung. Stiftungszweck ist die Förderung des Gottesdienstes der katholischen Kirche. Benannt ist die Stiftung nach den zwei früheren Institutsdirektoren Heinrich Rennings und Johannes Wagner, deren Nachlass als Grundstock der Stiftung herangezogen wurde. Projekte Nach Beschlüssen der österreichischen und der deutschen Bischofskonferenz In der Nachfolge des Einheitsgesangbuches Gotteslober ein neues Gebet und Gesangbuch zu erarbeiten, hat die Deutsche Bischofskonferenz im Herbst 2001 eine Unterkommission Gemeinsames Gebet und Gesangbuch der Liturgiekommission errichtet. Das neue GGB, das wieder den Namen Gotteslob trägt, wird seit Advent 2013 schrittweise in den jeweiligen Bistümern eingeführt. Zwischen Advent 2007 und Pfingsten 2008 hatten 186 Pfarrgemeinden aus allen Bistümern Deutschlands und Österreichs die etwa 400 Seiten starke Vorabpublikation für das künftige Gotteslobe erprobt. Das neue GGB wurde, wie schon sein Vorgänger, ab Advent 2013 sukzessive im ganzen deutschsprachigen Raum eingeführt, also in Deutschland, Österreich, Lichtenstein, Luxemburg, Südtirol, in der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und in den deutschsprachigen Kirchen weltweit. Vor allem in den Niederlanden und Frankreich. Eine Ausnahme bilden die deutschsprachigen Bistümer bzw. Bistumsteile der Schweiz, die bereits 1998 ein eigenes neues katholisches Gesangbuch herausgebracht hatten. Bibliothek des Instituts Die Bibliothek mit zurzeit etwa 60.000 Bänden und 250 Zeitschriften sammelt Quellen und Literatur zur Geschichte, Theologie und Praxis des gesamten liturgischen Lebens. Sie dient der Arbeit der verschiedenen Abteilungen des DLI und ist Seminarbibliothek für das liturgiewissenschaftliche Seminar der Theologischen Fakultät Trier. Dabei werden neben der römisch-katholischen Kirche auch die anderen christlichen Kirchen des Westens und Ostens sowie das Judentum und der Islam berücksichtigt. Die Bibliothek steht allen offen, die an Fragen der Liturgie interessiert sind. Sowohl für Theologen und Wissenschaftler anderer geisteswissenschaftlicher Fächer als auch für Praktiker bietet sie vielfältige Arbeitsmöglichkeiten, Publikationen, Gottesdiensthilfen, Zeitschriftgottesdienst, Materialbriefpraxisgottesdienst, liturgisches Jahrbuch. Gemeinsam mit dem Gottesdienstinstitut der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern in Nürnberg gibt das Institut jährlich Gottesdienstentwürfe für Den Heiligen Abend heraus Bolter-Saar-Fischer-Preis Im Zweijahresturnos vergibt das Institut den Preis in Höhe von 3000 Euro zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Ausgezeichnet werden wissenschaftliche Arbeiten wie Z.B. Dissertationen, Habilitationen und andere Monografien zur Geschichte, zur Theologie und zur Praxis des christlichen Gottesdienstes. Die Stifter wissen sich da bei dem Andenken Bolter-Saar-Fischers verbunden, der sein Lebenswerk dem Gottesdienst der Kirche gewidmet hat.